Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal Besuch, nämlich den Eflose und wir haben hier gerade den Geigerzähler und suchen hier in so alten Ziegel nach radioaktiven Sachen und ich sag mal, wir haben hier auch schon was gefunden, jetzt der Wert ist 34, Zeit 7000 Sekunden, ja, das ist hier. 700, oder? Ja, 700, auf jeden Fall hier erhöht. Hier ist der Geigerzähler hier in den Ziegel, man sieht da hinten das Zählboer und ist auf jeden Fall schon erhöht messbar. Mal gucken, was kannst du mal nehmen? Ich denke, irgendwas ist da drin im Ziegel. Guck mal. Und ich glaube, es ist das, ich glaube, das sieht man schlecht, es ist das Grüne. Ja, ich denke auch, weil, ich glaube, es ist das Grüne am Ziegel. Wenn wir das nochmal weg tun, dann ... 32, oben hatten wir 25. So, genau. Tickt auf jeden Fall häufiger als sonst. Mal gucken, was hier hinten ist. Guck mal hinten noch. Hier hinten tickt der eigentlich wieder weniger häufig. 129 oder? Aber er tickt wieder 133. Oh doch. 136. Mal gucken. Aber ich glaube hier vorne war es mehr, da hat er schneller getickt. Ja, da vorne hat er viel schneller getickt. Das sieht man vielleicht wieder den Unterschied. 138 sind es schon wieder. 143. Also man sieht, hier geht es schon wieder deutlich schneller. Hier oben. Hier oben. Da oben ging kaum schnell. Da muss man nur mal finden, wo genau jetzt wirklich die radioaktive Stelle der ist. 144. Hier ist es 145. Mal gucken. 146. Obwohl hier geht es auch schon wieder ein bisschen. Ich glaube 149. Ich glaube die Ziegel sind insgesamt etwas erhöht. Die haben da die Aktivität drin. Die Ziegel. Ja. An Markungsstellen geht es besser oder an Markungsstellen schlechter? So, nochmal die beste Stelle finden. Das ist vielleicht mal da unten. Ich glaube hier ist es eher wieder weniger. 154. Aber auf jeden Fall ist der untere Wert 37. Jetzt ist es wieder 36. Was auf jeden Fall schon einiges mehr ist als oben. Ja. Mal gucken. Aber ich glaube hier außen ist es tatsächlich. 166. Hier geht es gleich wieder hoch, sobald man es dahintut. Ja, 173. 174, 175, 177. Oh. Oh. Das geht aber jetzt schon schneller. Das geht echt schnell. 192. Ähm. 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 Das geht echt schnell. Ja. Sehr Wahnsinn. Ähm. Der untere Wert ist schon 48. Ich glaube. Ähm. Wir hatten nochmal 25. Ja, okay. die 50 wäre das Doppelte. Ähm. Ähm. Ja. Also hier ist auf jeden Fall etwas deutlich Höheres. 227. Hier ist schon 51. Wir sind hier mit dem Stein an der Zeilröhre. Genau. Jetzt 49. Ich glaube das Steineck, das ist radioaktiv. Ja. 238. Aber hier sieht man, hier geht das deutlich schneller. Ja. 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 Sind schon bei 52. Mhm. Das ist auf jeden Fall um einiges mehr als drinnen. Ist aber noch nicht viel. Bei Pechblende oder so, da müsst ihr dann einfach nur losrattern. Ja. Aber. Da müssen wir zig Pulse die Sekunde haben. Ja. Aber. Sind wir? 257. Okay. Was. Wcos. Was.